Ich weiss nicht mehr wo du bist. CP! Warte, ich seh dir, ich seh dir. Du stehst mich. Wo? Bei der Kreuzung zwischen dem Bauhaus und dem Stall. Was? Jetzt laufst du gerade bei der Mühle durch. Jetzt laufst du Richtung Felder. Äh, esse ich auch etwas bei dir? Nein, du laufst. Du legst übelst. Jetzt hast du ein Hirn in der Hand. Jetzt stehst du vor dem Karottenfeld. Äh, Halterfeld. Jetzt bist du weiter gelaufen, du hängst in der Luft. Alter, ich bin einfach hinter dir. Jetzt seh ich dich nicht mehr. Da du bist. Ist ich etwas bei dir? Nein, jetzt schon. Ist ich etwas gegessen? Nein! Hä? Wie tief? Du hast voll der Ping. Du hast voll der Ping. Scheiße, Alter. Du drückst ab. Nein, du drückst ab. Jetzt nimmst du vorher. Du hast voll der Ping. Ich weiss. Was mache ich jetzt? Jetzt läufst du auf dem Feld um und machst Bommel. Okay. Aber du hast richtig wenig FPS gerade. Du hast so 0,2 FPS. Alter, schau dir das mal an. Ich drück einfach die ganze Zeit auf das Feld. Aber irgendwie... Alter! Das ist irgendwie 0,1 FPS im Moment. Also als das einfach nicht bewegt dich weiter. Endlich! Junge! Und was ist, wenn ich in irgendein Bogen schieße? Wow! Das ist schade. Warte, ich kann auszurechnen, wie lange es braucht. Schuss. Eins. Zwei. Drei. Okay, noch mal noch mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nien. Zehn. Okay. Ich gebe es auf. Wir sind nicht angekommen. Eins. Jetzt ist er angekommen. Boah! Noch mal! Ähm... Wieder hier hin. Nein! Auf den Baum vor mir. Okay. Schuss. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nien. Nien Sekunden. Drei. Der beste Ping ever. Was ist das? Äh... 9000 Millisekunden oder so? Äh! Voll! 9000 Ping! 9000 Ping! Slash Ping? Nein, gut nicht. Schade. Aber du kannst Disconnecten und deinen Ping anschauen. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, ich mache es vor, du und dann gehst du aufs Strichli. Ich habe 24. 645. Yo, scheinlich vegan. LOL. 645, erbring. Hast du noch Bones? Ja, 3. Jetzt ist es aber besser. Jetzt bewegst du dich flüssig. Ja, ich kann es eben. Oh, jetzt. Du bewegst dich einigermassen. Ja, das geht. Lauf es jetzt bei dir? Ja, jetzt läuft es. Okay. Machen wir den Abend auch, ja. Ich will das noch schön machen. Ich will das noch schön machen. Ich rüste mich mal aus. Auszuschissen und so. Easy. Ich werde es überflüten. Ja, okay. Für Pflanzen. Ah, für Essen, ja. Das finde ich schlecht. Ja, weil dann geht es schnell. Dann muss nicht alles. Ja, klar. Schau einfach, dass nicht das andere noch mitflut ist. Ich hoffe, ich hoffe es. Wahrscheinlich mache ich es sowieso. Ist geil, ich hoffe es. Also gut. Aber es geht zum nächsten Wasser. Ja. Warte. Also was brauche ich? Ich nehme die Axt mit. Ich nehme die Schuhe mit. Ja, geil. Geil. Andi schau das mal an wie. Alter, Andi. Wird mal, dass er mir knappes geht. Ich habe keinen Bogen mehr. Hast du meinen Bogen? Nein. Die Welt wurde gesprochen. Wieso? Hä? Scheisse. Oh Mann. Boah, mein Bogen. Äh. Äh. Rudern wieder. Ja, mach den. Ähm. Ich nehme noch ein bisschen Eis. Scheisse, Mann. Jetzt habe ich aus der See ein bisschen ein Ding geflötet. Boah. Ähm. So. Okay. Vier giftige Kartoffeln. Wieso? Gibt es das überhaupt? Scheisse. Ja. Geil. Zum Nerven. Zum Nerven. Die kannst du einfach gar nichts brauchen. Ja doch. Zum Trolling. Du musst einfach unbenennend zu Kartoffeln, Alter. Das heisst, ich kennst trotzdem. Und dann musst du einfach... Dann musst du dir einen dummen Spass einsuchen. Oh. Und einfach das Modpack... Ähm. Das Wasserpack gut modifizieren. Ja. Ich weiss nicht, ob es euch den Auffang lohnt. Ja. Dann hast du Spass. Ja. Scheisse. Wir können ja auch schon ewig als Ressourcen per Gum modifizieren. Ja. Muss man ja. Muss man doch nicht einfach einfach... Doch. Du musst aber die Ressourcen changen. Ja. Das ist ja relativ... Ähm. Das ist ja relativ EZ. Ja. Nein. Das kannst du ja eigentlich selber machen. Gut. Das musst du sogar selber machen. Ja. 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 So. Ähm. Ähm. Hast du noch genügend Food? Ich habe 26. Also wäre schon noch gut ein wenig. Du es einfach in den Ofen reinballern. Ja. Ich muss sie zuerst abpflanzen. Ja. Ähm. Ich nehme mal giftige Kartoffeln mit. Ich esse sie jetzt. Okay. Giftige Kartoffeln. Gibt es das auch im RL? Weisst du? Weisst du? Und du... Eine rohe eigentlich. Ja. Eine rohe eigentlich. Ja. Eine rohe eigentlich. Ja. Eine rohe eigentlich. Ja. Nein. Sie sind nicht giftig. Doch. Es bringt aber nichts ins Nächste. Nein. Es schadet dir nicht. Die RL. In real life. Ich weiss. Sie sind nicht giftig. Also ja. Es gibt auch giftige. Doch. Doch. Sie sind nicht. Aber sie sind glaube ich nicht generell giftig. Doch. Wegen Ding. Wegen Ding. Wegen Style. Nein. Sie sind wirklich giftig. Giftig und ich esse jetzt. Okay. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Ich habe richtig viel Kartoffeln. Ich habe richtig viel Kartoffeln. Oh ich. Snack einfach guckt mag. Geil oder? Boah. Premium. Ich habe schon einen ganzen Snack. Steak gefunden. Einen ganzen Snack gefunden. Ja. Einen ganzen Snack. Ich habe nicht gestört. Ich habe nicht gestört in der App. Ja. Warum die Tür aus? For you. For. Zuck. Was? For me? For me and for you. Okay. Hashtag Koop. Hashtag Schleifertig. So 50.000 Std. Ich kann das. Yes, yes. Da Andi, ich habe ein bisschen... Wie viele Stacks? Zwei oder so habe ich in 6 hochgepackt. Hashtag Gutschnellere. Ich kann auch. Hey, hey. Möchtest du Schwimmen? Nein. Ah jo, Alter. Im RS, ich muss einfach... Ich muss einfach... 400 mehr zu schnell schwimmen, Junge. Und schwimmen bin ich scheisse. Was im RS? Rekordschule oder was? Jo, du auch. Muss man das machen? Ja. Inzwischen wirst du nicht genug. Jawoll. Was machst du? Ich bounce auf dem Feld um, während ich wach, bis meine Kartoffeln... Das ist ein wildes Feld muss ich aber weg. Ja, es lebt nicht. Wow, Blitzberger. Ja, du kannst einfach... Du kannst einfach... Aufbauen und wieder abbauen. Ich weiss. Das wäre ja langweilig. Soll ich als Deck und 17 Herdäpfel? Ich bin eigentlich bereit. Ich mache mir noch schnell eine Richtung. Alter, wie du geflogen bist. Du hast auch noch Knochen. Okay, ähm... Soll ich die Kohle mitnehmen? Ja, nein... Ja, nein. Du kannst vielleicht mitnehmen, falls wir brauchen. Ah! Yes, ich bin schnell mit. Okay. Wo hast du die Kohle? Also ich mache einfach... Ein Stack mitnehmen. Das mache ich. Okay. Ich glaube, ich nehme mein Tier im Panzer mit. Hey, schau dir das mal an. Erdbeben, weißt du? Wow. Hier, schau mal. Ähm... Bilder hängen jetzt schief. Wegen dem Erdbeben. Super. Oh nein, schau dir das mal an! Ja, ich sehe es doch. Scheisse. Hör auf meine Panschen, sie geht lustig hin. Ich muss dich punchen. Ich muss dich punchen. Ein Zuckerrohr. Was brauche ich Zuckerrohr? Brauchst du... Äh, aber kein Zuckerrohr. Nein. Oh, was ist denn? Sollen wir pennen gehen? Warte, wo ist mein Brustpanzer? Ist der in der Enderchest? Kann man jetzt schon pennen? Ich glaube nicht. Du bist too early, warte. Too early? Wie hörst du early? Early Bob. So, ich habe gerade noch mal 20 bis ich angekriegt. Genau. Äh, gerade vor allem. Early Bob persönlich. Komm, gehen wir pennen. Mach dich kurz noch schnell. Geht euch schon. Ich penn mal wieder in mein Haus. Ich auch. Bling bling oder so. Blingu blingu. Hast du überhaupt ein Bett in deinem Haus? Ja, im Dachstark. Also das geile... Also das geile Kerkerbett. Ja, das wohl nicht funktioniert, dich darauf zu legen, wie du am Boden sahst. Im Bett. 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 Nein, so. Bett. Boah, bist du früh morgens? Ich wollte gerade viel Essen machen. Bett. Bett. Also ich hole noch meine Hörtöpfel. Hörtöpfel. Hörtöpfel? Sind die Hörtöpfel? 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 Hörtöpfel. Das ist einfach alles voll mit Schnee. Ah, ja. Einfach ein bisschen gelagter da. Einfach ein bisschen übertrieben, weisst? Mit Abpälen. Einfach ein bisschen übertrieben. Mach Schnee. Mach Schnee. Hopp. Schnee. Oder gut. Es ist alles Schnee, der noch... Oh, da fehlt der Block. Das ist unsere Illicali-Cooksfabrik. Weisst? Ja. Andi. Boah, mach doch jetzt den Schnee her. Oh, f*** dich. Ah, da ist wahrscheinlich wegen der Faglen. Faglen? Schmilzt weg. Also ich habe jetzt zwei Stacks... Schöne Winterhut. Ich habe jetzt zwei Stacks im Ofen gekauft. Ich habe jetzt zwei Stacks im Ofen gekauft. Ich habe ein Stacks im Ofen gekauft. Haha. Ich würde sagen, wir gehen so in die Richtung. Wo bist du? I don't know. Du weisst nicht, wo du bist. Ich nehme einfach mal eine Flüssigauer mit. Ich nehme früher sogar mit. Wo bist du? Hinter dir. Also ich würde sagen, wir gehen so in die Richtung. Dort sind wir noch nie gewesen. Was? In der Fabio? Doch. Ja, aber nicht wie in Not. Hier, da sind wir noch nie gewesen. Doch, da kommen wir her. Das ist ein Spawn. Okay, und da sind wir noch nie gewesen? Doch. Dort? Dort ist das Endportal. Dort ist es noch nie gewesen. Dort ist es noch nie gewesen. Eben in die Richtung. Nein, nein, nein. Hier. Aber nicht gerade aus dem Hintergrund. Ach, warte. Ich wäre so linkslich gegangen. Linkslich? So. Okay, linkslich. Hä, guckst du auch? Ja. Übers Wasser. Komm. Aha. Ähm. Ja. Boah, ich habe keine Karte mehr. Ist mega scheiße. Wo bist du? Wollen wir mehr nach rechts? Rechts, Sandler. Schau mal auf. Ist eigentlich Wurst. Rechts? Obwohl, nein, nein. Ja. Gehen wir da rechts, dem Fluss nach. Wo bist du? Im Lavasee bin ich jetzt. Wo ist denn? Die neue Tiere sind ja. Ah, da. Gehen wir da, dem nach? Da sind wir einfach... Da sind wir einfach... Nein, aber da ist die Schlucht. Nein, die Schlucht ist da. Ja, also dann gehen wir da, okay. Die neuen Tiere sind nicht einfach für... Da steht... Ja, das braucht eh keinen Mensch. Das braucht eh keinen Mensch. Ja. Alter. So. Ja. Zeig, ich bin so schnell. Boah, wir haben uns noch einen Speedtrank gemacht. Also da ist es Andi. Da sind wir noch nie gesehen. Also warte, gehen wir mal... Lass uns einen Speedtrank machen. Nein. Bitte. Nein, dann geht es noch viel länger. Du bist schnell, wenn du jetzt einfach normal läufst. Ah, ich habe einen Bock auf Speedtrank. Egal. Oh, okay. Hey, schau mal, ich busse dich. Toll, ich will aber nicht gebootet werden. So nicht. Criplot! Oh. Meine XP! Okay. Okay. Weisst du, ich habe meine Map das eigentliche, die wir schon gesehen haben, oder nicht? Boah, du scheisse Cheater. Du scheisse Cheater. Okay. Schau mal, ich bin Tarzan. Oh. 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 Ich glaube, das ist noch richtig viel Clay. Ein Birkenholzwald. Und links ist immer noch Fichtenholz. Nein, da ist das auch geworden. Ja. Hey, schau mal, ich bin einfach über dich. Ich bin einfach viel mehr als du, wenn ich Gott bin. Wow. Wo bist du jetzt? Im Wasser unten. Ja, dort. Gehen wir Fichtenholz. Ein Birken. Oder legen wir an der Biomgrenze entlang. Okay. Boah, Herr Huff. Ich habe übrigens meinen Bogen vergessen. Egal. Wo? Also wo gehen wir das durch? In anderen Biomgrenzen wäre ich entlang gegangen. Okay, ich schwimme. Und ich schwimme. Schwimm, schwimm wie ein Affe durch den Wald. Okay. Schwimm wie ein Affe durch den Wald. Aber ich bin schneller, wenn ich unter Wasser laufe, als wenn ich schwimme. Eigentlich sollten wir hier ein paar Bunnies sehen. Oh, Bunnies? Die haben wir noch gar nicht. Nein. Die Frage ist, wie wir die nach Hause kriegen. Scheisse, ich habe keine Leine. Ich weiss, dass wir... Wenn wir zurückgehen und eine Leine holen. Okay. Hier ist ja noch eine Höhle. Wir verlieren uns wieder in die Höhle. Okay, darum gehen wir. Bitte halt. Okay. Machst du Cut, oder? Ja, okay, machen wir Cut. Cut du. So, da sind wir wieder. Hallo. 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 Und ich habe meinen Speedtranks. Willst du... Witten bist du auch? Ja, genau. Und Leine haben wir auch. Und das Bett haben wir erwartet. Ah, danke schön. So. Hui. Einfach nur Speed 1, das geht einfach schneller. Ja. Ja. Das ist vor 8 Minuten. Ja, genau. Wie lange haben wir jetzt? Hat es wieder zurücklaufen? Ah, da sind wir. Das wir jetzt zurücklaufen, 20 Minuten oder so haben wir für das Ganze gehabt. Ah, Junge. Ja. Ja. Zack. Alter, wie gerade bin ich schnell. Uhuhu. Das wäre einfach ganz die Folge gewesen. Ja, also Speed 1, dann lohnt es sich noch zu springen. Okay. Okay. Außer nur, dass du es weißt. Ähm. Und ich habe mir noch Nachtsicht gemobbt. Ähm, warte schnell. Gehen wir auch hier in die Richtung weiter. Ich habe noch Nachtsicht. Du hast auch noch eine Nachtsicht. Du hast Aufnahme. Ja. Eigentlich könnte ich einfach pennen, aber egal. Nein, das ist unter Wasseratmung. Gib sie mir wieder. Wieso hast du unter Wasseratmung mitgenommen? Weil ich... ... tue es immer noch. Nein. Wasseratmung oder Wasseratmung. Nachtsicht, Nachtsicht. Du hast immer noch. Nein. Du hast immer noch. Ich bin auf Band. So. Und nimm eine leere Flasche mit. Die sind wertvoll. Bo ist das hell. Gell ist gell. Komm. Ah, du weisst. Und nur wegen dem Alchemist. Bo. Jetzt muss ich schon wieder karten, weil du dummer siech bist. Scheisse. Boah. Das ist... Wie viele Minuten sind das? Nein, ich mache einfach nur eine halbe Minute dazu. Nein. Wie viele Minuten... Wie viele sind wir? Bei 53 ist es fertig. Und wir sind bis eben nicht riesig. Differenz... Und Differenz zeigt sich dir nicht an. Scheiss, Wahnsinn. Wir müssen... Also bloß die 20 sind... Äh... Ja. Alter, ich habe einfach... Alter, hast du hier unten drauf? Ja. Hör es jetzt. Okay. Komm. Wie schaust du mehr? Alter, mehr ist geil. Also von mir. Komm, gehen wir durch den Planes. Ich bin jetzt bei den Planes. Okay. Nimmst du eigentlich jetzt weiter auf? Ja. Weisiges. Yo. Und Wasser sicher viel... Wenig und mit Nachtsicht. Er ist einfach alles... Er ist einfach alles trüb. Ja, aber du siehst mit Nachtsicht und Wasser viel mehr als ohne. Nein, gar nicht. Doch. Also ich bin jetzt bei den Planes. Ich auch. Aber ich war schneller. Aha. Wow. Hast du jetzt Planes? Ich glaube nicht. Das ist ja fresh eigentlich. Ja. Hast du mit dem Skelett klatschen? Das ist auf jeden Fall fresh. Jetzt sollte ich dir ein Boot machen. Ich habe Holz dabei. Also ich kann mir auch wieder raus. Komm, wir laufen mal an der Küste entlang. Oh ja, an der Küste entlang. Wie romantisch. Komm jetzt. Loll. Ja, Alter. Scheiss auf die Küste entlang, Alter. Komm jetzt Wasser. Und schnell. Wow. Zombie-Party. Zombie-Party. Und die Creeper. Mary Creeper. Jungen. Easy. Jo, ich habe mich einfach selber abgeschossen mit dem... viel... Alter, jetzt habe ich mir eigentlich 80 Meter zu... 80 Meter Power Punch. Du Messier. Oh, fliege. Fliege. Nein, du nicht. Wieso hat es keine Bunnies? Du scheisse bist. Wieso hat es eine Creeperspeed gehabt? Oh, du scheisse bist. Enderman. Enderman. Ich glaube, ich greife den Enderman... mit meinen... Diamantspitzagier. Jo, haupte eure Lappen ins Wasser. Spasti. Ja, ja. Sehen halt...